FNA Capital betrug ein Klon einer anderen. FNA Financial.com. Die Verwechslung ist beabsichtigt. Haben Sie Geld daran gelegt? Dann ist Ihr Geld erstmal weg. Jetzt werden Sie sich fragen, haben Sie denn dann überhaupt eine Chance, dass man Ihr Geld zurückholen kann? Richtig? Die Frage will ich Ihnen gleich vorab beantworten. Die Chancen sind größer, als Sie sich das vorstellen können. Wie das aber geht, sage ich am Ende dieses Videos. Schauen Sie sich also das Video bis zum Schluss an. Hallo, ich bin Angeanwalt Jochen Resch. Thema FHN Capital. Oder wenn man es englisch aussprechen will. FHN Capital. Soll ja auch weit weg sein. Alles ist fake. Alle Spuren sind verwischt. Wir denken niemals die Täter. Wir wissen, wo sie sind. Kein Cent ist jemals investiert worden. Was Sie auch da für den Bildschirm sehen, ist Börsentheater. Gelogen wird dort. Nichts ist echt. Was können Sie denn dann tun? Manche gehen zur Polizei und meinen, das sei der richtige Weg. Und ich widerspreche auch nicht. Aber jedem sollte klar sein, eine Strafanzeige dient der Strafverfolgung, der Bestrafung der Täter. Das ist ja auch gut so. Aber Sie kriegen damit kein Geld zurück. Und hier setzen wir an. Wir verfolgen die Spur des Geldes. Früher sagte man ja, Geld ist nie weg, sondern nur woanders. Das kann man Gott sei Dank heute ergänzen. Geld kann man digital verfolgen. Mit den richtigen Werkzeugen natürlich. So sind wir zum Beispiel Partner des weltweit fühlen Unternehmens Chainalysis. In der Verfolgung von Geld in der Blockchain. Also Kryptowährung. Technik ist der Weg, wie man das digital verfolgen kann. Wenn Sie mehr wissen möchten, dann können Sie mich gerne anrufen unter 030885 9770 oder Sie gehen auf unsere Webseite. Lesen Sie erstmal den Artikel dazu. Und Sie finden dort auch einen Fragebogen. Wenn Sie diesen Fragebogen ausfüllen, bekommen Sie von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles. Wir sagen Ihnen, ob wir einen Fall übernehmen können. Wenn ja, was es kosten würde. Wie gesagt, die Einschätzung selber ist kostenlos. Mit dieser kostenlosen Einschätzung können Sie alle Fakten, alle Informationen, die Sie brauchen, um die für Sie persönlich richtige Entscheidung zu treffen. Das ist das Wichtige. Denn am Ende werden Sie selber am besten wissen, warum Sie Ihr Geld zurückhaben wollen. Habe ich recht?